Das war schon ein ziemliches Ding, dass ein Deutscher kam, mit tausend anderen Deutschen. Man muss mit den Methoden der Zeit arbeiten. Und was bestimmt unsere Zeit? Der Konsum, der Müll, der Trash. Wir leben in der Müllzeit. Die Trash-Time. Die Coca-Cola-Büpse ist die römische Scherbe von morgen. Untertitelung des ZDF, 2020